Nachdem wir beim letzten Mal Mafia-Town abgeschlossen haben, können wir nun ins nächste Areal gehen. Oder das wäre dann hier. Könnt ihr richtig auch dort reingehen, aber das sparen wir uns für später auf. Gehen wir erstmal hier rein und finden uns in einem komischen Zahnradgebäude wieder. Interessant. Hier ist ein Stuhl. Kann man sich entspannen? Kann man hier irgendwas zocken? Oder was soll das sein? Na doch, links ist so ein Stick. Na, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Könnte ja sein. Ja, vielleicht merkt man es. Ich bin noch ein bisschen erkältet, aber für euch bringe ich es trotzdem rüber. Was ist das hier? Dieser Hebel ändert bis auf die Helligkeit des Pernets ganz und gar nichts. Es steckt auf eigentlich wirklich hell fest. Eigentlich wirklich hell. Okay. Es ist ein Bücherregal. Man nennt es auch cooler Wörterort oder etwas, was du nicht mal selbst füllen kannst, Steven. Du wirst nie einen Publisher finden und während du studiert hast, hättest du besser Zeit mit deinen Kindern verbringen können. Je nachdem, wo man herkommt. Was? Okay. Alles klar. Ach ja. Der VGS1, der schnellste, komplizierteste Supercomputer, der jemals gebaut wurde. Willst du starten? Machen wir gleich. Start es ihn. Vielleicht hab doch auf B gedrückt. Na egal. Eine Computer. Wunderwelt. Wartet auf dich. Hallo Benutzer und Unfinduser. Willkommen zu ihrem Heimcomputer-Erlebnis. Öffne Programm. Spaß. Öffne Programm. Sie haben das textbasierte Unterhaltungsprogramm ausgewählt. Öffne Programm. Sie haben ja ausgewählt. Ich werde ein Spiel von meiner unzähligen Sammlung des unendlichen nichtvisuellen Spaß auswählen. Ich habe ausgewählt. Korgi Quest 7. Die Leinen, die binden. Du bist ein Korgi. Dein Name ist Alan. Du musst einen Weg finden, die Leine, die dich an diesem schrecklichen Ort festhält, zu zerreißen. Ausgänge sind im Norden, im Osten und im Süden. Ach so, das ist so ein Text-Based Adventure. So ein ganz altes. Äh, nie ohne Seife und muss waschen. Hallo. Wo ist Wosten? Wosten. Osten. Du kannst eigentlich nicht nach Osten gehen. Du wurdest ausgeträgst. Du bist dort, wo dein Abenteuer begangen. Ausgänge sind im Norden, im Osten und im Süden. Ich versuche nochmal Osten. Geht nicht. Von Süden. Du gehst nach Süden. Im Süden ist ein Tor. Es wird bewacht von einem spektralen Wolf. Ausgänge sind im Norden. Umsehen? Dort ist ein Tor. Er wird von einem ungeduldig aussehenden spektralen Wolf. Ausgänge sind im Norden. Wow. Äh. Bälle. Du bellst. Es ist wirklich sehr laut. Der spektralen Wolf wechselt schnell zwischen sichtbaren und unsichtbaren Spektren. Du bist ein Hund. Also siehst du eigentlich nur zwei Farben. Was auch immer. Er flieht und das Tor ist jetzt unbewacht. Er wird wahrscheinlich jedoch zurückkommen, falls du weggehst. Dann gehen wir jetzt weiter. Du gehst durch das Tor und erreichst eine grasige Lichtung. Dort ist eine große Schlucht. Ausgänge sind im Norden und im Süden. Spring. Du versuchst über die Schlucht zu springen. Es kann sein, dass du nicht weißt, wie groß Schluchten sind. Vielleicht wurde es nicht gut genug geschrieben. Sie war sehr groß und ziemlich tief. Nochmal versuchen. Ja. Bis dann. Nein. 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 Okay. Schließen. Lassen wir es. Nein. 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 Nichts. Nichts öffnen. Nein. Nein. Hier raus. Äh. Im Netz zu offen. Okay. Netz zu offen. Leider ist man momentan. Erwürfe. Ich muss sie später nochmal. Wie komme ich hier raus? Ich muss X drücken. Achso. Ich habe X und B. Vertauscht. Naja. Ist egal. Was sollt. Hey. Wir sind die Express-Band. Ein paar Ousse. Die zusammengekommen. Die Musik. Während der Ousse. Ist das okay? Wenn wir hier practice gehen? In exchange. Wenn du eine Musikstelle hast. Wir werden frohlen. Wir werden frohlen. Was sollt. In dem Gedanken machen. Okay. Wollen wir auswählen. Einige der Musik. Die Musik. In den verschiedenen Kapitel. Oder wollen wir uns practice? Hm. Spiel mit der Melodie. Okay. Reinigst du die Augen. Wir haben das gehört. In einer Flamme. Die Musik. Das ist ein bisschen wie Bubblegum. die spielen für uns coole mucke ein sieben stufen tri kalkulierender quantum harmonisierer das war sehr teuer aber wer mag sich nicht mal ja und da belohnen ja gut ne das fühle ich auf jeden fall okay aber ich glaube sonst haben wir jetzt alles einmal gesehen hier also klar hier ist noch was stimmt ich habe schon wieder von mir vergessen das können wir doch aufmachen da hat mir alles zugemacht wer war das ist noch eins verschwinde warm und warm jetzt soll das alles sein man hört die musik einfach immer noch ja was funky die head kid lisa die ganzen referenzen das ist lustig und das machen galaxy da oben das lustig ist das ein bonuslevel bonuslevel also sind nicht alle raus geflogen manche sind auch hier irgendwo verstreut im raumschiff interesting sah nicht so aus aber ist so oder es gibt mehr als 40 aber das denke ich nicht da war krass aber irgendwie weiß man zu wenig von head kid selber oder ich bin also ja klar wir sind halt ein kind und wollen nach hause wollen zurück nach hause oder so verdammt wie mache ich das denn jetzt hier diesen jump aber ich meine von wo haben wir überhaupt diese hourglasses her und wie war ich diesen jump dort weil ich habe eine neue idee vielleicht muss ich so rum mich so beeilen ja doch so muss man es machen okay ich dachte man muss es anders machen aber nene checkpoint bang war das klug ja doch ich komme trotzdem hoch und nu da sind balloons balloon balloon boing 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 immer schön treffen nein ich brauche dafür den hexenhut cool sehr cool dass das hier alles backlos problemlos funktioniert freut mich natürlich man nervt das okay da kommen du musst du musst schon treffen du musst schon amen jetzt aber okay oder das ein stress okay machen wir nicht da ist es zuviel des guten keine ahne das räum ich lieber nicht lieber nicht lieber nicht was war das das sind skulltulas okay ich glaube kein viel drauf springen okay die kann ich so als plattform benutzen wenn ich diesen homing attack einsetzt wir sind jetzt hier oben ich könnte da vielleicht drauf aber da gibt es noch nichts hätte man was verstecken können aber da ist halt nichts also macht es ja keinen sinn mehr jetzt hoch zu gehen für die challenge vielleicht ja gut und wir kriegen nochmal bonus game nur farben ich würde keine farben auch so ein neuer hut für headkits ist also der standard gut der hat jetzt hier halt so ein naja was auch immer das heißt ähm ja was war aus okay ah hier sieht man es auch der passt sich direkt unserer farbe an aber ich bleib bei meinem dinohut weil ich den einfach am süßesten finde bisher und die sticker passen da auch ganz gut dran oder die anstecker was auch immer so aber ich glaube jetzt ist hinten gar nichts mehr oder doch aber das ist nicht ist das gleiche das ist aber das gleiche level oder ja ok aber was können wir denn hier machen 150 ich hab voll wenig ich bin voll pleite müssen ja auch noch die restlichen stecker von mafia town kaufen verdammt vielleicht haben wir hier mehr glück in dieser neuen welt das geld zu farmen das ist ein allerneuestes besser als die besten audio gerät ohne das könntest du nicht deine lieblings radiosender hören wie unterhaltungen am tisch tschüsschen sonnenschein stadt oder zwei brüder und dann auch ein weiterer dritter bruder ich wieso wird ja egal ich glaube es wird endlich mal zeit hier rein zu schauen kapitel 2 kampf der vögel das wird studium das klassische bild samm gehört ihre doppel sunglasses ich glaube das ist so ziemlich das kapitel was die meisten kennen und da bin ich gespannt und da bin ich gespannt ich habe mir das gerade zuvor wie die hälfte dieses ganze planeten ist einfach nur so ein ja äh das hier halt ist so ein parkplatz sag ich mal und die andere hälfte ist einfach nur dieses gebäude das ist der ganze planet und so richtig viele äh und ich wollte sagen und so richtig viele leute aus verschiedenen planeten kommen da immer so reingeflogen ihr mond penguen lingu Wow noisy Fribbel wenn ich ein bunches picnics das da allein wo es wenn ich ja den nonsens Dollar nonsens you alle express birds dich zu hören wie ein den berg du hast für jeden nach Jahr du wir Das sind zwei von denen. Und was unser letztes Ding ist, wir werden die größte Jewel in unserer Train-Heist-Western sein. Was für was? Du, du, du ruckst. Du hast unsere Anfeuze. Ich würde nie sagen, giving es sicherlich sein, dass du die Inspiration in meinen neuen Anfeuze genommen hast. Kann ich kurz erwähnen, dass ich diesen Typen hier lustig finde. Einfach so ein Pinguin, der die ganze Zeit so rumtanzen ist. Er sieht zumindest aus so ein bisschen wie so ein Pinguin, oder? Ein bisschen. Oh, das macht es. Geh raus von hier mit dir! Ich habe ein Film, um zu filmen. Ich mag seinen Akzent. Finde ich von mir, Lieber. Aber wir werden diejenigen, die den annualen Bird-Movie-Awarden gewinnen. Möcke meine Worte. Ich weiß übrigens nicht, warum die so leise sind. Warum es leiden die einfach nur? Oh ja! Let's see how well you do, when you can't get into the reception! Oh wait, uh, chop my Picnics inside the studio, will force them to work harder. Alright, time to go, Amos! Let's make our killer movie! Okay. Oh, und der Receptionist, kannst du bitte schon das Venture veröffentlicht? Ich will nicht, dass ein Pinguin von irgendwoher nahe kommen wird, wenn ich meine Crew komme. Das leid. Aha, also da streiten sich zwei Leute, wer den besseren Film machen kann, oder so? Und die wollen als großes Scheinwerferlicht unsere Zeituhr nehmen. Das geht gar nicht, natürlich. Also, wie können wir uns dagegen wehren? Ich wollte diesen Receptionist eine Frage stellen, aber er hat mich überhaupt nicht akzeptiert. Uh, aber jetzt, als ich hier so lange stand, wäre es schwierig, eine Konversation zu beginnen. Also, die Eule steht hier schon so lange, dass es mir als peinlich ist, ein Gespräch anzufangen. Okay, ist es nicht genau deshalb dann besser, ein Gespräch anzufangen? Naja, egal. Oh, hey, little Churper. They're recording right now, so no one's allowed in. Oh. They're only insured for bird staff. Letting you in would be a liability. Don't even think about sneaking inside. Ich muss also ein Vogel sein. Vielleicht kann ich mich ja verkleiden. Hm? Wo ist das denn? Ach so. Ich... Oh, was? Boah, was zum... Ich hab... Was? Ich hab grad einfach... ...so ne Beschwerde bekommen. Ich muss jetzt 3000 von den Dingern bezahlen. Aber hey, immerhin hab ich jetzt zwei Sunglasses. Yeah. Oh. Knack, knack, knack. Okay. Don't tell anyone this. But before DJ Groves became fascinated by movies, he actually ran a nightclub. I know. Crazy, right? Who would have thought? Mm-hmm. Hey, watch where you're going, buddy. Don't get near DJ Groves, eh? DJ Groves means a lot to us, so we gotta protect him. Don't you think of anything, yeah? Oh. Okay. You're no bird, eh? Now, what brings you to Dead Birds Studio? Before you answer, you should watch DJ Groves' latest movie. It's real good. And I'm not being paid to say that. Honest. Hm, ich mach mir grad Gedanken, weil 3000 von den Dingern, ich brauch selber ganz viel davon und das ist zu viel. Ich hoffe nicht, dass die wirklich zahlen muss, sondern halt nur so, ja, ja, dafür, dass du uns hier geholfen hast, äh, ja, ja, kriegst du 3000, ah, kannst du direkt mehr zurückgeben. Oder wie sowas. Äh, schaut mal, ich find so einzelne hier überall, aber ansonsten, oh, da komm ich da hoch. Aber, wie gibt's doch ein paar Leute, mit denen ich noch nicht geredet hab? Hey, little girl, you should join our DJ Groves' fan club. You get a membership card and everything. It's a real good deal for any movie-going bird. Aber er war kein Vogel. You see my fingers here? You see how they're snapping? That is the universal bird sign for beat it. Oha. Oh, look, my fingers have taken a liking to you. Look at them go. Snap, snap, snap. Okay, ich geh ja schon. Mein Gott. Und die drei? Fuck! E-Bird. 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 Hm, ja, dann, äh, ist, äh, mies. E-Bird. 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 Sorry, the conductor has said only birds are loud pass here and he specifically said no penguins of any kind. I have no idea why. I am just a passenger on his train. Whatever gets us back on the train faster. Hm. Ja, ich bin ja kein Penguin. Have you come to make another purchase? Der ist jetzt ein bisschen lauter, oder? Äh, ja, also selbst wenn ich gekommen wäre, um was zu kaufen hier. Ähm, ähm, zum einen, ich habe 3000 Miete. Und zum anderen, sind die beiden nicht noch von der letzten Welt? Oder kann das sein, dass der immer wieder die gleichen Sachen behält? Und man muss immer alles kaufen, damit er was Neues hat, egal wo er ist. Das wäre ganz gut, glaube ich. Das wäre, glaube ich, schon ganz gut. Aber wie gesagt, egal was er hat, ich kann mir nichts leisten. Ich bin komplett pleite. Selbst wenn ich Geld hätte, bin ich trotzdem pleite. Okay, jetzt war es extrem viel Text, aber machen wir erst mal weiter. Im Klartext. Oh nein, unbefugtes Betreten. Noch mal 7000. Äh, vor allem finde ich es lustig. Wir kriegen, äh, eine Strafe. Wegen Unbefugten Betreten. Aber wieso kommt dann die Security und schmeißt uns einfach raus? Lass uns ja einfach noch mal weitermachen. Vielleicht können sie uns ja noch mehr Geld abziehen. Pff, interesting. Soll ich Protocol Plup! Passt 에hin zu weg. Ja! Hier hätte ich gerne so eine Taschenlampe oder so. Oder, oh. Aha. Drehen Sie sich um? Nee. Was gucken Sie sich denn an? Den Greenscreen. Ah, cool. Cooler Greenscreen. Den können wir sich natürlich auch mal anschauen. Ähm. Oh, da bin ich gerne drauf. Aua. Studiaaufnahmen gestört. 100.000. Ja, nee. Ist klar. Oh Gott. Hä? Okay. Ich wollte da eigentlich drauf, weil ich dachte, da kann man irgendwie... Dancen, aber nee, da darf man nicht drauf. Jetzt habe ich es auch verstanden. Na gut. Gehen wir hier rüber. Und schauen uns mal an. Wie ist er abgeht? Okay, schlagen darf ich ihn nicht. Studiaaufnahmen gestört mal 2. 200.000. Nein. Als ob. Das könnte man nicht antun. Wie soll ich jemals das Geld zusammenbringen? Oh, das sieht... ...interesting aus. Oh, knapp. Das war knapp. Angriff auf Kaktus. 1.500. Es tut mir leid, kleiner Kaktus. Draußen am Balkon. Tut mir leid. Ich muss doch halt irgendwie durchkommen. Was ist das hier? Nichts. Okay. Stage 5. Schon soweit? Du, 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 du. Du, 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 du. Wie fühlt mich das denn hier hin? Oh, zu einem Secret. Zum Eishut Garn. Er ist so kalt. Zum Neven ist so 8 Garn. Okay, und wo sehe ich wie viel ich habe? Ich habe 7. Ein Garn noch. Da hinten ist ein Garn. Okay, zumindest habe ich mich zurück teleportieren lassen. Das ist gut. Weil... Ja, hier oben ist noch eins. Dann haben wir einen neuen Hut, Freunde. Oder? Oder? Doch. Doch, haben wir. War mir gerade nicht sicher. Aber doch. 1, 2, Crystal! Yeah! Oh, wir sehen uns wie so ein Bär. Eishut, er ist so kalt. Drücke die Schultertaste, um eine Stampfattacke auszuführen damit. Wie das aussieht. Wie das aussieht. Okay, der ist lustig. I like it. Okay, aber bleiben wir beim Sprint-Hut. Der ist der Einzige, der uns gerade hier am ehesten weiterhilft. Hilft, genau. Du, 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 du. Du, 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 du. Es gibt, mir muss ja aufpassen. Du, 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 du. Okay. Ah, nein, 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 nein. Meine, das war gar nicht hier. Eulen-Belästigung. 500. Darfst du ein Eul habe ich mich denn bitte belästigt? Warte, da oben ist noch was Belästigung Nochmal Nochmal? Hä? Wieso denn? Wo belästige ich die? Macht gar keinen Sinn Wie soll ich denn da hinkommen? Nein, nicht hier Oh, ist das nervig Vielleicht einfach den Jump Hä? Das Ding ist nicht mehr hier Oh So, und dann den Jump Ja, einfach machen Oh Gott, das hat zu lange gedauert Ich bin fast tot Ein Garn Ich weiß nicht, warum man manchmal so einen Ja, so einen Sprintgarn bekommt Manchmal kriegt man so einen Hexengarn Macht doch keinen Unterschied Ich habe die Güte doch schon längst Schon längst Also, das ist wirklich was ich gar nicht verstehe Jetzt halt nur die Frage Wie komme ich Zurück, gar nicht Okay Das ist nett Man wird wieder hier reingepackt Aber alles bleibt gespeichert, oder? Ja Ich meine, ja Einweg auf Kaktus Eulenbelästigung Wieso? Wieso denn? Ja, wohl alles gesammelt Okay Ich war mir gerade unsicher Ach komm, sei leise Mach einfach an die durch Hä? Wieso habe ich gerade nur 1.000 Strafe bekommen, wo der 3.000 stand Ich glaube, ich habe irgendwie das Maximum schon Oh Mann Oh, lang Links, rechts Okay, da ist der Dude Gehen wir mal hier lang Ich weiß überhaupt nicht, wo wir langen müssen Zerstörung von Eigentum Angriff auf Kaktus Ich habe ihn berührt Wow Ähm Okay Was geht denn hier ab in dieser Welt? Das ist ja crazy Verstecken, verstecken, verstecken Verstecken Was noch? TPTKO Was? Oh, nochmal Okay Was gibt es hier überhaupt? Achso, den Schalter Aha Ich muss eigentlich sagen Das erste Level ist super weird Das ist super weird Oh Eulenbelästigung Ach was Ich würde doch niemals Eulen belästigen Wow Okay, das war ziemlich schnell Ja, was bringt es eigentlich Wenn man stirbt Ich bin doch vorhin gestorben Ist ja eigentlich keine Konsequenz passiert, oder? Ich würde den so gerne reinhauen, aber Ich lasse es lieber Ich lasse es lieber Ah, da möchte ich nicht mehr durchkarten Und nochmal Manipulation der Elektronik Alter Unser ganzes Lebensgehalt Wird Flirken gehen Was heißt hier Pinguin belästigen Alter Hö Wie komme ich da rein? Das ist eine Kiste Habt's gesehen Da war eine Unsichtbare Wand Da konnte ich noch nicht reinspringen Da war wie so ein Glas Hm Okay, hier geht's weiter Achtung Kaktus Kaktus Ne, ach, diesmal nicht Diesmal nicht Zum Glück Aber das Tipi-Ding Aha Und das nächste Ding Und die nächste Eule Eigentlich kann man doch einfach durchrushen Ist doch egal Man hat sowieso schon so viele Schulden Sind immer teurer Ja, Moment mal Muss ich da rein? Hm? Ne, da passt nicht da nichts Es wirkt aber so Das gibt mir zumindest das Gefühl Aber ne Irgendwie Irgendwie ja nicht Hier Da will ich rein Ne, wie ihr seht Ist das hier einfach Glas Ich komme einfach nicht rein Na gut Okay, kann man chillen Hier weg Danke Falls einer von euch weiß Wie man da rankommt Lass es mich wissen Weil ich weiß es nicht Ach man Ich kann ja nicht durchrushen Nö Na gut, versuchen wir es erneut Oh Oh Let's go Und was hier abgeht Sehen wir dann beim nächsten Mal Bis zum nächsten Mal